Ja, hier nochmal ein zweijähriger Karobbaum, Johannesbrotbaum und der hat sich hier besonders gut eingewachsen, wie man sieht, dunkelgrüne Blätter, schöne Form. Obwohl er normalerweise sehr langsam wächst, ist er jetzt hier ganz gut für sein Alter. Scheint ja auch hier wieder am Sesam zu liegen, weil wir sind ja immer noch in der Nähe des Sesams und da unten, das sind ja auch quasi die Reste vom Sesam und scheint sehr gut zu wirken. Habt ihr vielleicht ein neues Geheimnis entdeckt für den Ding? Ist auch sehr lecker, der Sesam.